hallo und herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die noah box von mo phoenix alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung noah von mo phoenix das ganze erscheint am 20. april wir haben heute den 19 darum freue ich mich natürlich euch das ganze heute schon vorstellen zu können wir machen mal rundherum die folie ab und dann schauen uns das ganze im detail an so sieht das ganze aus noah von mo phoenix das langersehnte debütalbum das erst release mo phoenix noah lesen wir hier wir haben hier eine metallbox eine alu box und das ganze in silber schwarz gehalten die seiten jeweils in silber und auf der unterseite haben wir dann noch einen barcode und die credits zum album gut wir machen das ganze mal auf wenn es geht es ist ein klapp deckel also nicht abzunehmen und als erstes kommt uns entgegen einmal das album an sich dann haben wir hier einmal den fanschal ein shirt die instrumentals zum album sticker 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 wenn ich jetzt richtig gezählt habe vier stück jawohl vier sticker an der zahl und eine autogramm karte von ihnen die box klassisch in silber gehalten machen wir mal wieder zu und das ganze auf die seite ok nachdem instrumentals und album noch eingeschweißt sind werden wir auch diese hier mal aus der folie befreien so einmal dann wahrscheinlich hier am besten oder auch nicht probieren wir es in der mitte so einmal die instrumentals und einmal das album an sich so sieht das ganze aus hier oben lesen wir life is pain mo phoenix noah und was auch auf den ersten blick gleich mal auffällt wir haben hier ein super tool case sehr schön das ganze ist so eine split optik und zwar haben wir auf der linken seite mo phoenix in so einem ja etwas merkwürdigen pelz in so einer fellmantel felljacke also sieht auf jeden fall aus wie so ein bärenfell oder so nicht ganz so mein geschmack und auf der rechten seite haben wir dann das negativ dieses bildes also das ganze einfach gespiegelt aber dann eben negativ und auch der schriftzug mo phoenix und noah hier jeweils gespiegelt negativ gut auf der seite lesen wir auch wieder noah mo phoenix und auf der rückseite haben wir dann die tracklist und zwar haben wir 4 6 8 10 12 14 16 18 tracks wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe wir haben features von tj kianos pa sports mavi vasel und mosch 36 also die meisten auf dem aus dem life is pain umfeld barcode und auch hier wieder die credits dann werfen wir mal einen blick in das booklet so cover kennen wir bereits dann haben wir hier einmal mo phoenix abgebildet mit alpha jacke nasa jacke in dem fall und zig anhängern also die jacke oder die pullover die ich von alpha haben jeweils nur einen da durfte einer nicht ausreichend gewesen sein dann haben wir hier diverse tracks aufgelistet inklusive der infos wer daran beteiligt war beziehungsweise wer den beat produziert hat so wie man es kennt weitere fotos von mo phoenix weitere tracks zieht sich jetzt hier so durch das ganze in weiß und schwarz gehalten dann haben wir hier so eine kleine kette noah wenn ich richtig informiert bin ist das ja der name seines sohnes der relativ jung ist hat man ihn schon in diversen videos sehen dürfen den kleinen jungen auch wieder mo phoenix und dann haben wir hier zum abschluss noch die credits gut auch hier wieder noah zu lesen machen wir das booklet wieder rein so sieht dann die cd aus in schwarz und weiß gehalten klassisch rückseite blank weiß dann haben wir die instrumentals zum album die kommen wie so oft in einem digi sleeve in einer pubhülle instrumentals lesen wir hier oben auf der rückseite haben wir die tracks aufgelistet noah instrumentals so sieht das dann aus in schwarz rosa und weiß gehalten und das ganze in einer pubhülle dann haben wir eine autogrammkarte und diese nicht beschriftet beziehungsweise nicht signiert und das wurde auch erklärt warum denn mo phoenix hat gemeint dass er diese dann persönlich unterschreiben möchte wenn die fans wenn die leute die seine box gekauft haben ihn bei einem konzert oder bei irgendeinem anderen anlass bei einer veranstaltung so aufsuchen dass er dann vielleicht auch widmen kann oder so noah mo phoenix lesen wir hier rückseite glatt weiß ja hat natürlich vor und nachteile also ich muss sagen auf der einen seite kann man jetzt sagen ja billige ausrede war zu faul die zu signieren auf der anderen seite hat es natürlich was persönlicheres wenn man das ganze dann wirklich individuell beschriften kann von wegen für wie auch immer du heißt und dann eben mo phoenix darunter aber das ist natürlich geschmackssache ich hätte mich natürlich über ein autogramm gefreut dann haben wir einmal zweimal diesen sticker hier und zwar lesen wir hier je m'appelle mohamed mo phoenix noah life is pain und je m'appelle mohamed das ist ja französisch für mein name ist oder ich heiße mohamed und auf der linken seite haben wir einmal mohamed in arabischer form also in arabischer schrift allerdings bin ich mir jetzt nicht ganz sicher was rechts steht also links steht hundertprozentig mohamed aber was hier rechts steht kann ich so nicht sagen also wenn ihr das wisst dann bitte damit in die kommentare dann haben wir noch zwei sticker mit mo phoenix und noah beschriftet ebenfalls in quadratischer form und in schwarz und weiß so dann haben wir einen fanschall hat man auch schon länger nicht mehr gehabt in boxen auf der linken seite lesen wir life is pain mo phoenix in der mitte lesen wir habibi und dann rechts wieder mo phoenix und life is pain dass selbe dann auch nochmals auf der rückseite also vorder- und rückseite gleich beschriftet der schal in schwarz und weiß gehalten also farblich schon mal top die fransen jeweils in schwarz und dann lesen wir hier noch hundert prozent polyacryl made in EU sehr schön und als letzten boxinhalt damit haben wir dann noch ein shirt in grau und zwar lesen wir hier auch wieder dasselbe das wir schon auf dem sticker hatten also der sticker und das shirt auf druck nahezu gleich nur dass es hier eben in weiß und schwarz war und hier dann in grau und schwarz also auch hier lesen wir wieder schimmappell mohamed mo phoenix noah life is pain mohamed auf arabisch und was das heißt kann ich euch leider nicht beantworten wir haben es zu tun mit einem ausnahmsweise keinen gilden oder fruit of the loom nein mit einem souls imperial in der größe L und das ganze ist wo haben wir es Entschuldigung das ganze ist 85% baumwolle und 15% viskose ok und made in bangladesh grüße gehen raus wir schauen uns das ganze noch mal kurz im detail an und so sieht das ganze dann getragen aus also wir haben schimmappell mohamed hier im brustbereich stehen darunter dann die arabischen schriftzeichen und dann lesen wir wieder mo phoenix noah life is pain das ganze in schwarz und grau gehalten ich muss ganz ehrlich sagen von den farben nicht ganz so mein fall ich hätte es eher in der farbkombination bevorzugt wie auch schon der schal so in schwarz rot und weiß hätte mir eher gefallen aber das natürlich wie immer geschmackssache und zum abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal das eben gezeigte t shirt in der größe L dann dieser fanschal in schwarz rot und weiß gehalten zweimal dieser sticker schimmappell mohamed dann zweimal dieser sticker noah mo phoenix die autogrammkarte ohne unterschrift die instrumentals im tiki sleeve in der papphülle und natürlich das album an sich im super jewel case das alles in dieser wunderbaren box noah von mo phoenix mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr mo phoenix unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf ciao